Herzlich willkommen bei der Josef Stöber Vermittlungsagentur für Pflegekräfte. Wir organisieren und vermitteln 24 Stunden Pflegekräfte aus Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Unsere Pflegekräfte besitzen einen Pflegekursnachweis oder ein Diplom sowie Deutschkenntnisse. Natürlich bringen sie auch Erfahrung in der Pflege mit. Unser Service beinhaltet die Anmeldung des Nebenwohnsitzes für die Pflegekraft bei der Gemeinde, die Verlegung des Gewerbes und das Ansuchen der Förderung für Pflegekräfte bei den Förderstellen. Zusätzlich bieten wir ihnen noch Hilfestellung beim Ansuchen zur Pflegegelderhöhung. Danach begleiten und unterstützen wir sie während des gesamten Pflegezeitraums und sind immer ihr erster Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Zusätzlich vermitteln wir auf Wunsch diverse Pflegeprodukte und medizinisch-technische Hilfsmittel wie Patientenlifte, Treppenlifte, Rollstuhlrampen und vieles mehr. Wir beraten Sie gerne unverbindlich zu allen Produkten, bieten kostenlose Erstgespräche und unterbreiten Ihnen auch gerne unverbindliche Angebote. Rufen Sie uns an unter 0680-33-02548 oder kontaktieren Sie uns per Mail unter jst-agentur.at $12980-33-, Untertitelung des ZDF, 2020